So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne unterstützen mit yt-faminiac. Vergesst bitte nicht ein Like da zu lassen. Das wäre eigentlich so die größte Unterstützung, die ich gerade kriegen kann. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir gerade schnell in den Shop rein. Ich finde heute ein paar schöne Sachen dabei, aber nichts Besonderes in dem Sinne. Also einmal Isabel ist wieder zurück, auch mit dem Verkleidungs-Emote. Ist nicht schlecht, aber man erwartet halt inzwischen ein bisschen mehr. So, dann Starb der Astro-Meisterin ist wieder da, Tomatenkopf, Axteroni, Nachtroller, Extra-Käse, auch ein schöner Kleider. Dann die Zündkerzen-Künstlerin ist wieder drin, Provisorium ist drin. Das Killer-Kommando-Paket ist komplett drin, würde mich nur als 2 kosten, weil ich einen weiblichen Skin schon habe. Dann Klitzer-Gaul ist wieder drin, doppeltes Spiel. Dann die gute alte Kaktus-Frau. Ich mag den Skin eigentlich. Dann Fishing ist wieder drin, denkt dran, Copyright. Dann gelobt sei die Tomate, ob man die Emote wahrscheinlich hat. Und einmal hoch und verkackt. Dann Fingerpistolen wieder zurück. Den Gaul hatten wir schon. Dann Balenciaga-Paket, komplett immer noch drin. Die ganze Musikgeschichte ist noch drin. Und eine Sache ist, glaube ich, noch neu. Das haben sie aber ganz gut versteckt. Nämlich hier unten. Das Seeker-Paket ist nämlich ebenfalls wieder zurück. Deshalb habe ich sie auch auf Thumbmail gepackt, weil das geht da unten ein bisschen unter. Dann haben wir natürlich noch das Starter-Paket. Mechapop. Dann Aufstieg der Schatten. Ist ja ein 50% gerade. Tech-Zukunft-Paket. Und das Minz-Legenden-Paket. Damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich setze mich noch dran. Mach ein bisschen, rette die Welt. Noch ein bisschen leveln. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Sonntag. Und wenn es was Neues gibt, werde ich natürlich berichten. In dem Sinne, haut rein.